Die meisten Menschen denken beim Valentinstag an Romantik, Schokolade und verliebte Blicke. Ex-Dschungelstar Florian Wess hat das Thema ganz neu interpretiert, wie es scheint. Der Reality-Star veröffentlicht nun Bilder, die ihn in unterschiedlichen Situationen zeigen. Auf einem Bild hält er eine ganze Torte in den Händen und will diese verspeisen. Daneben drei nackte Frauen. Eine der Frauen scheint seinen Kopf in die Torte drücken zu wollen. Auf dem anderen Bild feiert Florian vermeintlich eine Hochzeit. Wieder sind die Damen nackt, die ihn umringen. Zwei der drei Frauen liegen ihm zu Füßen, während sich die dritte bei dem Ex-Dschungelcamp-Bewohner einhakt. In der anderen Hand hält sie einen Blumenstrauß mit weißen Rosen. Schließlich lässt er sich auch noch das Herz herausreißen. Die Frau neben ihm hat einen blutverschmierten Mund und ein Herz in der Hand. Egal ob Kunst oder Spaß, mit diesen Bildern hat Florian Wess jedenfalls bleibende Valentinstagseindrücke geschaffen. Juni Sphäre Vielen Dank.